Hallo du! Pass mal ganz kurz auf, okay? Diese Folge von der Buchstabensuppe kann Dinge enthalten, die für manche Menschen schwer zu ertragen sind und oder möglicherweise Panik auslösen. Sogenannte Trigger. Wenn du weißt, ob im Themenbereich Intersex, Themenbereich Diskriminierung oder Themenbereich Arzt solche Trigger vorkommen, möchtest du bitte vorsichtig weiterschauen, ja? Viele Grüße, das Angsthäschen!